Halleluja, 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 Heiliger Geist, wir heißen das willkommen, was du hier tust. Wir sind dankbar für diesen ersten Tropfen dieser mächtigen Ausgießung, die in Europa gerade bevorsteht zu Beschehen. Wir ehren die ersten Zeichen der Erweckung und wir sagen, ja, Heiliger Geist, tu, was immer du willst, heb nochmal die Hände und sag, Heiliger Geist, tu, was immer du tun willst. Ich möchte für dich breiten und ich möchte Teil dieser Erweckung sein. Gebrauche mich. In Jesu Namen. Amen und Amen. Können wir Jesus nochmal einen Applaus geben? Anbetungsteam darf gerne oben bleiben, weil ich werde nicht lange predigen. Ich habe so etwas auf meinem Herzen, und da möchte ich eigentlich geistlich daran anschließen, was seit dem ersten Moment hier gesagt wurde. Und ich war so tief berührt, dass Leila gestern über den Bau des Altars gepredigt hat. Das ist so eine lebenswichtige Predigt. Wenn du gestern nicht da warst, schaust du dir auf YouTube an. Und was heute Morgen gelehrt wurde über die Gaben, über den Heiligen Geist. Und natürlich bin ich sehr stolz auf meine Tochter Elsie. Und ich bin natürlich sehr stolz auf meine Tochter Elsie. Sie brennt. Mögt ihr sie? Können wir Elsie nochmal einen Applaus geben? Also ich werde da einfach weitermachen. Und bevor das, ich würde euch einfach noch ein paar Sachen vorstellen. Das habe ich von anderen Freunden gelernt, wie zum Beispiel Randy Clark. Ich werde hier keine Werbung machen, aber ich stelle euch einfach ein paar Werkzeuge vor, die euch helfen sollen, zu wachsen in dem, was Gott heute tut. Und ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Hinter den Szenen eines Wunders. Wo ich einfach auch erzähle, wie ich predige und wo ich angefangen habe, in den Dienst hinein zu kommen. Und ich habe alle möglichen Wunder schon erlebt. Und einige der größten Wunder erzähle ich hier in diesem Buch. Aber in diesem Buch erzähle ich auch von den Spannungen, die ich als Mensch habe. Und ich bin vom Heiligen Geist voll erfüllt. Mein Geist ist stark. Und wenn ich im Geist bin, da bin ich auf einem anderen Planeten. Und alles ist möglich. Ich habe großen Glauben. Ich habe großen Glauben für heute Abend. Und heute Abend werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Viele Menschen werden errettet werden. Es wird eine massive Bewegung der Befreiung heute Abend kommen. Aber ich weiß auch, dass heute Abend Wunder geschehen werden. Heute Abend gibt es ein Feuerwerk. Und in diesem Buch habe ich geschrieben, wie ich durch den Heiligen Geist stark sein kann. Aber gleichzeitig in einem Körper lebe, der schwach ist. Und ich habe eine Seele, wo Emotionen auch vorhanden sind. Und all diese Dinge zu managen, ist nicht immer einfach. Und manchmal habe ich es nicht so gut gemacht. Selbst in dem Moment, als ich auf der Bühne war, in der Herrlichkeit Gottes, hatte ich eines Tages einen Burnout. Und in einem der Kapitel erzähle ich von einem der dunkelsten Zeiten in meinem Leben. Burnout, starke Depressionen. Ich war in der Klinik. Ich war komplett verloren. Aber die Gnade Gottes hat mich wiederhergestellt. Und ich sage da ganz offen und ehrlich über diese Herausforderungen. Und ich erzähle auch ganz, ganz offen und transparent über einen der Riesen in meinem Leben. Jeder Mensch hat einen Riesen in seinem Leben. Und einer der Riesen in meinem Leben war Furcht. Und darin erzähle ich, wie ich diesen Feind besiegt habe. Also ihr könnt euch dieses Buch am Schluss holen. Da hinten bei Merch, da könnt ihr es holen. Und dieses Buch habe ich gerade geschrieben. Das sind 30 Jahre Erfahrungen im Heilungsdienst, das Gott mir gegeben hat. Ich bin der Präsident der Internationalen Association der Heilungsministries. Und ich weiß hunderte von starken Wundern und Heilungen und Menschen, die meine nächsten Freunde sind. Und ich habe Offenbarung in Bezug auf Heilung da hineingeschrieben. Warum sage ich das, während die Herrlichkeit und Gegenwart Gottes hier ist? Weil ich glaube, dass das, was hier gerade auf der Bühne geschieht, ist nur eine kleine Demonstration dessen, was Gott durch dein Leben tun möchte. Und zwar jeden Tag. Und eine der Manifestationen der Herrlichkeit Gottes ist, dass ihr alle hier an diesem Ort Ihr werdet die größten Heilungen und Wunder in Deutschland mit eigenen Augen sehen. Und es wird nicht durch die berühmten Prediger geschehen. Es wird durch dein und euer Leben geschehen. Sogar das neunjährige Mädchen, das gestern ihr Leben Jesus gegeben hat. Und für diese Menschen, für euch, habe ich das Buch geschrieben, damit ihr wirklich weitergehen könnt in Kraft. Denn es ist ein Schlüssel für Deutschland. Gibt es hier einen Mann, der heißt Markus Bauer? Wenn du hier bist, dann steh bitte auf. Wenn du hier bist, dann steh bitte auf. Oh, hier ist Markus Bauer. Bist du Markus Bauer? Nein, 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 es ist kein Wort der Erkenntnis. Es ist kein Wort der Erkenntnis. Ich suche den Markus Bauer. Ich möchte sagen, danke, dass du gekommen bist. Es ist kein Wort der Erkenntnis. Aber ich weiß, du bist Pastor in einer katholischen Kirche, um die katholische Jugendliche zu sorgen. Aber ich weiß, du bist Pastor in einer katholischen Kirche und du sorgst für katholische Jugendliche. Und ich möchte, dass deine ganze Jugendgruppe mal aufsteht. Und ich möchte diesen kostbaren katholischen Priester willkommen heißen. Wir lieben die Katholiken. In der Tat haben wir mit Markus zusammen gerade vor einigen Wochen den Papst getroffen. Und ich glaube, wir werden Erweckung in Europa erleben, wenn wir in Einheit zusammenkommen. Es geht nicht mehr um die Pfingster, die Baptisten oder die Brüdergemeinden. Es geht um die Familie Gottes, die Jesus liebt und ihr Leben Jesus gegeben hat und die voll sind vom Heiligen Geist so wie sie erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Also ich habe hier etwas, und das ist jetzt kein Wort der Erkenntnis. Er hat Geburtstag. Und deswegen, hält mal die Hände hoch. Wir segnen diesen Mann. Wir segnen diese Gruppe. Und wir beten, dass die Herrlichkeit Gottes in die katholische Kirche hier einfällt. Besonders auf die jungen Menschen. Wir segnen sie in Jesu Namen. Und jetzt, Markus, ich gebe Ihnen diese Bücher als ein Geist für Ihr Geburtstag. Und alle singen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Oh, you can do that better. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Und was ist immer noch mal? Wunderbar. Wunderbar. That's what I like in the presence of the Lord. We don't have to make a face like we are not nice. Wir müssen nicht so aussehen wie eine saure Zitrone. In the presence of the Lord, there is the joy of the Holy Spirit. Und in der Gegenwart Gottes ist die Freude des Heiligen Geistes. And I do believe that today, the glory of God will invade your life. Die Herrlichkeit Gottes in dein Leben hineinfallen wird. With this peace. Mit seinem Frieden. With this fire. Mit seinem Feuer. But also the joy of the Holy Spirit. Aber auch mit der Freude des Heiligen Geistes. Some of you, they will leave tonight. Manche von euch werden heute Abend nach Hause gehen. Being totally drunk by the Holy Spirit. Ihr werdet vom Heiligen Geist komplett betrunken sein. Like in the day of Pentecost. So wie damals bei Pfingst. So get ready to get touched by the Lord. So macht euch bereit, eine Berührung vom Heiligen Geist zu bekommen. I want to read two or three verses. Und ich möchte zwei oder drei Schriftstellen lesen. And actually I want to read the verse that they choose for this conference. Und in der Tat möchte ich die Bibelstelle vorlesen, die sie für diese Konferenz ausgewählt haben. I want to say thank you so much, Markus and Elsie and all the Holy Spirit Knight team for your great leadership. Und ich möchte dir sagen, Markus, Elsie und das ganze Leidenschaftsteam vom Holy Spirit Knight Movement, vielen, vielen Dank. Und es ist so ein Vorrecht, Teil davon zu sein. Und sie haben einen Bibelferst ausgesucht und ich bete, dass die folgenden Minuten werden so sein, dass die Herrlichkeit Gottes hier einfällt. Es ist eines meiner größten Gebete. Und ich bitte den Herrn fast jeden Tag. Dieses Gebet des Mose, in Exodus 33, Vers 18, Moses prays, say, Lord, show me your glory. Und Moses betet, der Herr, zeig mir deine Herrlichkeit. Und ich bete, dass diese Stelle nicht nur ein Werbeslogan für die Holy Spirit Knight war. Aber ich bete, dass in den kommenden Minuten diese endlose Herrlichkeit jeden Einzelnen von euch komplett erfüllt. Und dass ihr in diese Transformation der Herrlichkeit Gottes hineinkommt. Und Offenbarung 21, Vers 23, sagte, Und ich sah keinen Tempel in der Stadt. Denn der Allmächtige Gott und das Lamm ist der Tempel. Und die Stadt braucht keine Sonne und keinen Mond. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet die Stadt und das Lamm ist ihr Licht. Und dann in Habakkuk 3 steht geschrieben, Ich sehe, wie Gott über die Wüsten sich bewegt. Und seine strahlende Herrlichkeit erfüllt die Himmel. Und die Erde ist erfüllt mit Lobpreis. Und sein Kommen ist so strahlend wie der Sonnenaufgang. Und strahlend von Licht leuchtend von seinen Händen. Und seine fantastische Macht ist darin verborgen. Und seine Herrlichkeit erfüllt die Erde. Heiliger Geist, ich brauche dich jetzt wirklich. Ich möchte einfach ein paar Worte weitergeben. Aber viel mehr davon bete ich, dass du diesen Raum erfüllst mit der Herrlichkeit des Himmels. In Jesu Namen binde ich jeden dämonischen Geist. Ich binde den Starken über dieser Region. Und so wie die Schrift sagt, Wo Jesus ist, da gibt es offenen Himmel. Und so sage ich, dass über diesem Ort hier wir haben einen offenen Himmel. Wo die Herrlichkeit Gottes ist. Und Engel gehen auf und nieder. Und dass jeder hier an diesem Ort diese Herrlichkeit erfahren soll. Und Heiliger Geist, fang einfach das an zu tun, was du tun musst. Was du mir gezeigt hast, was du in diesen Tagen tun möchtest. Herr, tu es. Das ist für mich, ich schließe mich an dem Feuer an, das Erste hat. Und an den Geist, lasst uns dieses Level erklimmen, wo wir diese endlose Herrlichkeit erleben. Deswegen brauche ich das Anbetungsteam so richtig an der Kante. Denn ich wollte voll loslegen. Über Ihr Team Sarvia, vielen, vielen Dank. Ich bin so stolz auf euch. So wie Ihr das einfach hier macht. Jetzt sind wir an einer Stelle angekommen. Wir müssen immer noch etwas weiter gehen. Aber wir sind echt bereit, das Land einzunehmen, auch andere Nationen. Das ist der Grund, wir werden es sehen. Deswegen I see the Lord. Friends, are you ready? Worship Team, I need you to be ready. Worship Team, ihr müsst richtig auf Zeit sein. Nicht in zwei Minuten. But I need you to be ready. And alive, that the glory of God may come in this place. Because the God's glory is in this place, sir. Now, as they are not ready, let me tell you something. Nachdem sie noch ein bisschen brauchen, möchte ich euch Folgendes sagen. I was few months ago in Bethel Redding. Vor einigen Monaten war ich in Redding in Bethel. I need the team that you get the turn and that I can flow in the spirit. Because the Lord is about to move. Ihr müsst einfach jetzt schon mal loslegen mit dem Song, damit ich in den Flow reinkommen kann. You can play just on the things I see the Lord but just playing her. Einfach mitodisch das I see the Lord reinlegen. Als ich war in Bethel in Redding, it was glorious. Es war herrlich. They booked actually the Civic Center for this special time with the third years. For this special time with the third years. I was with Ben Fitzgerald and Ben Fitzgerald was there and then I was preaching the second. And then I was preaching and the glory of God came over this place. And the glory of God came over this place. I feel the spirit of the Lord in this place, my friend. And I feel the spirit of the Lord in this place, my friend. Get ready. Many of you will get right by the power of the Holy Ghost. I feel it here right now. And the spirit is like excitement. I have so many and the spirit So get ready to get touched. Make sure to get touched. Open your spirit to the Holy Spirit. Open your spirit to the Holy Spirit. Don't be a spectator. Say not just a spectator. Say Jesus. Say Jesus. Have mercy on me. Have Gnade. I open my spirit I open my spirit to the Holy Spirit for the Holy Spirit. So I am in Bethel also I am in Bethel with thousands of kids with thousands of kids and the power of God is there. And the power of God is there. I go down like I will probably do it today. because the Lord has asked me to do that. And Elsie said she will join me. Because she didn't finish. Because she didn't finish. And actually the fire that she carries. And actually the fire that she carries. When she will come back. Some of you will become a torch of fire. You will be electrocified. You will be electrocified. So if you're hungry for that. And if you're hungry for that. Lift up your hands. And say more Lord. And say more Lord. I want to become a flame of fire. I want to become a flame of fire. Say I want to become a flame of fire. Don't look at me nicely. Schau mich nicht so nett an. Look at the Lord. Schau auf den Herrn. Und sag Herr. I want to become a flame of fire. Ich möchte eine Feuerflamme sein. Meine Freunde Erweckung hat in Europa angefangen. Und ich reise überall hin. Und ich sehe schon die Anzeichen einer mächtigen Ausgießung des Heiligen Geistes. Und es ist nicht Afrika oder Australien, auch wenn es da gewaltig passiert. Aber es passiert hier in Europa. Und der erste Tropfen der mächtigen Ausgießung wird über unser Leben jetzt kommen. Und deswegen fange ich in zwei Wochen eine Revival-Schule in Paris an. Und ihr könnt alle dazukommen. Du kriegst einen Spezialpreis, wenn du dich dort anmeldest. Denn wir wollen lernen, wie man diese Erweckung willkommen heißt. Wir wollen ehren, was der Herr begonnen hat zu tun. Und er hat angefangen, etwas Großartiges zu tun. Und was prophezeit wurde, es hat angefangen. Die große Erweckung. Und aus diesem Grund, ich bin also in Bethel. Und dann fange ich an, Hände auf einige Leute zu legen. Ich berühre so einen Jungen. Und als würden tausende Volt durchgehen, ist er einfach wie elektrifiziert. Und es haut ihn auf den Boden. Dann bete ich für die anderen. Dann bete ich doch mal für jemanden. Und genau dasselbe passiert wieder. In der Mitte, überall von Gott, total elektrifiziert. Die Kraft Gottes. Und dann bete ich für die anderen. Und dann komme ich zu noch einer Person. Und das Feuer Gottes kam. So wie viele von euch das heute erleben werden. Mein Freund, du wirst mit diesem Heiligen Geist und Feuer getauft werden. Und das ist verbunden zur Herrlichkeit Gottes. Und ich sagte, bring mir diese drei Jungs. Und dann sind die drei Jungs auf die Bühne gebracht worden. Und dann habe ich gesagt, ja, wer seid ihr denn? Der erste sagt, ich bin ein Deutscher. 3000 Jugendliche, ein Deutscher. Und dann zum zweiten. Wer bist du? Ich bin ein Deutscher. Ich sage, wow, das ist erstaunlich. Und dann spreche ich den dritten an und frage, wer bist du? Er sagt, ich komme aus Deutschland. Meine Freunde, ihr seid so weit, dass ihr Feuer und Flammen werden könnt. Denn über diesem Land liegt eine Gunst. Denn ihr müsst die Leitung einnehmen von den Dingen, die Gott in diesen letzten Tagen tun will. Freunde, ich möchte euch etwas sagen. Ihr seid nicht nur hier, um einfach eine Gänsehaut zu erleben. Ihr seid hier, weil ihr von Gott auserwählten seid. Eine Feuerflamme zu werden. Und ihr werdet die Erweckung einleiten in Deutschland hinein und auch in andere Orte. Mein Freund, jetzt ist deine Zeit. Hört einfach auf, miteinander zu sprechen jetzt. Und hebt eure Hände und bitte den Herrn, auf dein Leben zu kommen. Denn es ist überlebenswichtig. Und dann habe ich zu dieser Gruppe gesagt, jeder Deutsche kommt nach vorne, alle, die deutsch sind. Und ich habe dann gedacht, dann sind vielleicht 20 Leute. Und dann kamen 150 Deutsche auf die Bühne. Und ich fing an zu beten und das Feuer Gottes kam auf sie. Und das sind die Dinge, die ich freisetzen muss. Und ich habe das nie öffentlich freigesetzt. Für diejenigen, die hier sind, das zu hören, müssen es hören. Und dann müsst ihr euch antworten. Und der Herr hat zu mir gesagt, sag den Deutschen, die Zeit, in der ihr euch befindet, in der Geschichte Deutschlands, ist entscheidend. Eins muss ich noch sagen. Vor fünf Jahren, also 2018, bin ich nach Moskau gekommen. Ich kam Moskau auf dem Flughafen an und ich habe dort einfach meine Füße auf den Boden gesetzt und ich höre akustisch richtig laut die Stiefel einer mächtigen Armee. Und ich sagte, was ist das, Herr? Ich höre es. Dann nehme ich einen weiteren Flug, um nach Sibirien zu gehen. Wir haben die Sibirische Halle mit Tausenden von Leuten gefüllt und die Herrlichkeit Gottes war da. Die Gegenwart war so offensichtlich. Errettungen, Befreiungen, Heilungen. Die Heiligkeit Gottes. Aber Tag und Nacht hörte ich den Klang der Stiefel dieser Armee. Und ich wusste nicht, was es ist. An Samstag Nacht, drei Uhr morgens, weckt mich der Herr auf. Er sagte, Jean-Luc, du wirst morgen deine Message nicht predigen. Es ist Ostern. Als Prediger an Ostern, weißt du, dass man an Ostern die Auferstehung predigt. Und der Herr sagte, darüber wirst du nicht predigen. Du musst predigen über den leeren Platz. Und ich sagte, Herr, was ist dieser leere Platz? Und er sagte, heb deine Augen auf und schau dir das an. Also schaute ich hoch und dann sehe ich in die himmlischen Bereiche hinein, so wie ein Thron, ein Ort der Autorität, und dieser Ort war leer. Und ich sagte, Herr, was ist das? Jean-Luc, du musst der russischen Kirche sagen, wenn sie diesen leeren Platz nicht einnehmen, dann kommt eine Tragödie. Du musst dieser Kirche sagen, dass sie aufsteht im Geist, mit dem Heiligen Geist, und dass sie diesen Platz der Autorität einnimmt. Und wenn das nicht geschieht, dann wird in drei Jahren ein Krieg beginnen. Das war 2018. Und es sagte, hunderte und tausende Menschen werden sterben. Und dann wird der dritte Weltkrieg beginnen. Und Millionen von Menschen werden sterben. Und als ich das erzählte, fingen die Russen an zu brüllen wie ein Löwe. Und sie sagten, wir werden diesen Platz einnehmen. Und ich bin nach Hause gegangen und hab das Freunden erzählt. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Russland ist jetzt meine Priorität. Und ich hatte viele, viele Veranstaltungen an vielen Orten organisiert. Und dann fängt die Pandemie an. Und wir mussten aufhören. Und dann dann waren wir mit Markus in der Ukraine. Weil Gott uns gebeten hatte, das zu tun. Und wir hatten in diesem Dezember das Stadion gemietet. Und der Titel war, die Herrlichkeit füllt Europa. Einige Wochen später fing der Krieg an. Und ich sag euch, dieser Krieg ist nicht einfach nur ein Krieg. Es ist eine geistliche Schlacht. Aber wir sollen uns nicht fürchten. Denn das wird passieren. In den letzten Tagen wird es Kriege geben. Es wird Erdbeben geben. Gerüchte, viele Dinge. Weil die Finsternis die Erde belagern wird. Aber zur gleichen Zeit, und das ist die gute Nachricht. Es wird die Herrlichkeit Gottes aufstehen. Und wir werden hier sein in Deutschland. Hört mal bitte gut zu. Die Finsternis fällt in Europa ein. Aber ich habe gute Nachrichten. Die Herrlichkeit Gottes, sie geht auch auf. Und die Herrlichkeit Gottes wird unsere Familien füllen. Wird unsere Häuser füllen. Und wird unsere Schulen füllen. Und unsere Arbeit stellen. Die Herrlichkeit Gottes. Und das ist die Botschaft für Deutschland. Und als ich dafür diese Leute auf der Bühne gebetet hatte, alles Deutsche, sagte, der Herr zu mir, sag den Deutschen. Es ist ein essentieller Moment. Und sie müssen ihren Platz einnehmen. Die selbe Botschaft, die ich den Russen sagte. Ich komme und sage euch dasselbe. Ihr müsst euren Platz einnehmen. Nicht als religiöse Leute, aber als Feuerflammen. Als Feuerflammen. Denn das Feuer des Heiligen Geistes ist das einzige, was die Strategien des Teufels, die er hat, gegen Europa und dieses Land stoppen wird. Und der Herr sagte zu mir, Deutschland muss ihren Platz einnehmen. Und wenn sie ihren Platz nicht einnehmen durch den Heiligen Geist im Geist, wird der schlafende Geist des Nazi wird wieder aufwecken. Weil im geistlichen Bereich gibt es Aktivitäten. Und er wird wieder aufstehen und wieder seinen Platz einnehmen. Und es wird noch stärker sein als das, was er vor vielen Jahren getan hat. Dass Millionen von Menschen schon gestorben sind und dieses Land zerstört hatte und Europa. Aber ich habe gute Nachrichten für euch. Und das ist der Grund, weil wenn ich euer Gesicht sehe, dann sehe ich die Hoffnung des Herrn über diese Generation Sägen. Hungrig und durstig für den Herrn. Bereit zu sein, gehorsam zu sein und das zu tun, was Leila gestern gesagt hat. Ein Altar für den Herrn zu werden, wo das Feuer Gottes kommen wird. und wo ihr gehen werdet, wenn ihr zurückgeht in eure Schulen, zurück an den Ort, wo ihr normalerweise lebt, da wird das Feuer des Heiligen Geistes sein. Und es wird die Finsternis des Teufels zurückdrehen. Und indem ihr mit diesem Feuer gehen werdet, wird die Herrlichkeit Gottes auf euch leuchten und die Herrlichkeit Gottes wird in Deutschland sichtbar werden. Hebt überall mal eure Hände. Herrlich Gott, ich habe diese Worte vermittelt. Es war nicht einfach, dieses Wort weiter zu sagen. Aber wir haben keine Angst. Wir haben nicht einmal Angst zu sterben, weil wir dich lieben. Und wir wissen, dass du bald wiederkommst. Aber bevor du wiederkommst, hast du gesagt, du wirst deinen Geist auf alles Fleisch ausgießen. Und deswegen heißen wir diesen Geist der Erweckung heute Abend willkommen. Und wir sagen, Geist der Erweckung. Sagt es, Geist der Erweckung. Der der Heilige Geist ist. Sagt, Geist der Erweckung. Komm in mein Leben. Komm in deinem Feuer. Erfülle mich aus. Und ich möchte die Herrlichkeit Gottes sehen. Und deswegen hebe ich meine Hände hoch. Und ich sehe, ich sehe den Herrn. Ich sehe den Herrn. Lass uns das singen. Ich sehe den Herrn. Mit aller Kraft. Weil die Herrlichkeit Gottes hier jetzt einfach ist. Ich sehe, dass die Herrlichkeit Gottes jetzt in dein Leben kommt. Hört alle auf zu sprechen. Hängt alle eure Hände hoch. Und bittet den Herrn, dass er euch heimsucht. Und singt das. Der Herr ist auf seinem Thron. Er hat Kontrolle über alles. Und er hat einen großen Plan für Deutschland. So eine Herrlichkeit. Deswegen müsst ihr eure Pflanze einnehmen. Und erfüllt werden vom Heiligen Geist mit seinem Feuer. Und indem ihr ihn anbetet, kommt das Feuer auf euch. Erfülle diesen Ort, Herr. Und der Saug des Gewandes von Gott erfüllt diesen Raum. Das Gewand seiner Herrlichkeit erfüllt dein Leben. Deswegen mit den Heiligen und der Wolke der Zeugen. Sagen wir. Du bist heilig. Du bist. Du bist heilig. Du bist. Du bist heilig. 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 Und heiß diese Herrlichkeit willkommen Heiliger Geist Manifestiere die Herrlichkeit des Himmels an diesem Ort Sie kommt jetzt auf dich Öffne deinen Mund Und fang an ihn an zu beten Im Geist und in der Wahrheit Bete das Lamm an Bete Jesus an Bete ihn an Er ist das Lamm Er sitzt auf dem Thron Er hebt eure Stimmen Die Herrlichkeit Gottes kommt auf dein Leben Und es wird dein Leben verändern Die Herrlichkeit Gottes wird kommen während der Nacht Wie eine herrliche Wolke Die Herrlichkeit des Herrn wird zu deiner Familie kommen Um die Ketten zu zersprengen Die Herrlichkeit Gottes Werden deine Eltern berühren, die im Streit miteinander liegen Die Herrlichkeit Gottes, die jetzt auf dich kommt Es ist die Herrlichkeit Gottes, die du in die Schule einbringst Und die Schulen Deutschlands werden mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt werden Deswegen betet ihn an Betet ihn an Die Herrlichkeit Gottes kommt über dir Die Herrlichkeit Gottes kommt auf dich Und du bist voll der Herrlichkeit Gottes Bringt sie mit Betet Schaut nicht einfach rum Schaut nicht zu Betet ihn an Macht die Augen zu Und betet einfach an Bringt mir diese Frau Bringt mir diese Frau Die Kraft Gottes ist auf ihr Überall an dem Ort Bringt mir diese Frau her Ich weiß nicht, wo du herkommst Und du behebst sie Die Herrlichkeit Gottes ist über dir Die Herrlichkeit Gottes ist auf dir Stell sie nochmal hin Lass die Hände oben Herrlichkeit Er ist hier und es kommt über dich Es kommt über dich Und betet weiter an Die Herrlichkeit des Herrn Wird des Osten von Deutschland einfallen Betet ihn weiter an Empfang die Herrlichkeit Empfang diese Herrlichkeit Herrlichkeit Die Herrlichkeit Gottes Die Herrlichkeit Gottes Berühre sie her Ich lass sie nochmal hinstehen Die Herrlichkeit Gottes kommt auf viele Berühre sie In Jesu Namen Die Herrlichkeit Gottes Die Herrlichkeit Gottes Die Herrlichkeit Gottes ist über dir Die Herrlichkeit Gottes ist über dir in Jesu Namen Wo kommst du her Wo kommst du her Wo kommst du her Wo aus Deutschland Bodensee 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 Da war ich gestern Bring mir diesen her Bring mir diesen her Die Herrlichkeit Gottes Die Herrlichkeit Gottes wird deinen Raum erfüllen Die Herrlichkeit Gottes wird deinen Raum erfüllen Aber macht mal die Augen zu Schließt alle die Augen und schaut auf den Herrn Wo kommst du her Wo kommst du her Wo kommst du her Aus Italien Aus Italien Sag ich was diese Woche in jeden Monat Die Herrlichkeit Gottes wird Italien überfallen Gibt es noch mehr Italiener hier Bitte die Italiener kommt nach vorne Italiener nach vorne kommen Deutschen Ihr seid Leiter für Erweckung Ihr seid berufen Leiter zu sein Nicht einfach nur in der Wirtschaft Aber für Erweckung in Europa Und ihr seid eine Feuerflamme Ich möchte dass ihr den Italienern dient jetzt Und dass ihr die Hände ausstreckt Und dass ihr betet Dass ihr betet für Erweckung in Italien Ich brauche das Team Das ist voll mit am Ball ist Lasst uns beten Erweckung Betet, komm betet für Erweckung in Italien Segnet sie Betet für Erweckung Und wir singen Heiliger Geist Komm und such diese jungen Menschen heil Sie sind die Hoffnung Italien Wir ehren diese alten Jungen Wir ehren die, die schon so hart gearbeitet haben Worship Team Bleibt einfach dran You are holy Bleibt da dran Mit allen Instrumenten Betet einfach weiter für sie Betet weiter für sie Macht euren Mund auf und betet für sie Betet für Erweckung in Italien Italien braucht Erweckung Deswegen beten wir Das ist Feuer des Heiligen Reichsteskorkes Feuer 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 Komm mit Feuer Feuer Gebrauche sie Komm mit Feuer Jetzt lift der Powerhands Lasst uns die Hände noch mal heben Noch einmal I want to touch your neighbor And you just release this spirit of revival over him Holy Spirit right now Flow out throughout this place I pray for the fire of the Holy Spirit Und ich bete für das Feuer des Heiligen Geistes Now let it flow Lasst es fließen Come on Lasst es fließen Drink on it Trink es Put your lips Put your feet on this fire Setze deine Lippen, deine Füße in dieses Feuer And start to become a flame of fire Und werde zu dieser Feuerflamme Don't hold your emotions Get it now If you want to scream If you want to shout Wenn du schreien möchtest, dann tust Because you want You are hungry Weil du Hunger hast You want more Du willst mehr Sag es ihm einfach Mehr 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 Mehr, Heiliger Geist, mehr Gott Das ist richtig, es kommt, es kommt, es kommt Bin Personen Hilft Gott Dein Gott 13 Leg Dein 1 Un 最 Dein 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 Ooooooh 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 Show me your glory! Show me your glory! Sag es einfach, zeig mir deine Herrlichkeit! Show me your glory! Tell him, show me your glory! Mahaltakasarababada Lord, I bless this new generation I bless them I pray for protection as they're gonna go back studying that I pray that you glory we'll never leave that we'll grow and that you will use them O God, I'm calling the evangelists over this place I say evangelists arise and preach the gospel I call the prophet of this nation prophet arise despite your age I prophesy for God's glory apostle arise teacher arise pastor arise pastor arise I call the spiritual ministry in the name of Jesus I bless you I bless you I bless you and I bless you Mahaltakasarabababada Halleluja 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 We give you all the praise and all the glory We give you all the praise and all the glory That's right, it's here This is here Show me your glory Show me your glory Show me your glory Show me your glory Halleluja 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 Can we give a clap to the Lord and we give a big shout of victory and we give a big shout of victory because we are not losing we are not going to lose we are going to overcome the devil in Germany I say we are going to overcome the devil in Germany We are going to overcome the devil in Europe and that's why we say Europe shall be saved and Germany shall be saved Can you shout with me Germany shall be saved One more time Germany will be saved Halleluja 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 God bless you my friend I'm serious I invite you to come in Paris And I'm serious I invite you to come in Paris We didn't get the time to pass the things that's not a problem We didn't get the time to pass the things that's not a problem Go to my social media I give you a 50% because you are here I invited some of the revivalists on the planet today I invited some of the revivalists on the planet today And I would love at least 50 German people coming there And it would be great It's one month Only once a month for nine months It's one month Only once a month for nine months Love you very much I love you very much And tonight Get in great expectation And tonight Get in great expectation Because it's gonna be the fireworks of the Holy Spirit Then it's gonna be the fire of the Holy Spirit Hallelujah Hallelujah